Was passiert, wenn es bei der Inflation eine böse Überraschung nach oben gibt und die Zinsen deswegen ansteigen? Genau dieses Szenario spielen wir heute mal durch. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video. Und wie ihr seht, andere Kulisse. Ich bin im Homeoffice, allerdings im Homeoffice in Biarritz oder Biarritz, wie der Franzose sagt. Hier könnt ihr jetzt nicht sehen. Schön Blick auf den Atlantik. Und auf dem Weg von Paris nach Biarritz habe ich einen interessanten Artikel gelesen, der mich dazu inspiriert hat, das Video heute für euch zu machen. Ich blende euch den Artikel mal ein. Stammt von The Market. Und The Market ist der wirtschaftliche Ableger der Neuen Zürcher Zeitung, ist in der Regel, eigentlich sind da alle Artikel hinter der Paywall. Ich verlinke ihn trotzdem mal unten drunter für diejenigen, die ein Abo haben. Ist ein langes Interview-Überschrift. Die Eindämmung der Inflation wird schwieriger, als der Konsens glaubt. Darunter steht Jim Bianco, Chefstratege von Bianco Research, befürchtet, dass die Teuerung in den USA angesichts der robusten Konjunkturentwicklung hartnäckig hoch bleibt. Er rechnet daher nicht mit einer raschen Senkung der Zinsen und sagt, wo er trotzdem Chancen für Investments sieht. Worauf wir uns fokussieren möchten ist, weil das Interview sehr lange ist und eine entsprechende Lesedauer erfordert, warum Jim Bianco skeptisch ist, was die Inflation angeht. Weil ja momentan, muss man sagen, das Goldilocks-Szenario, also das Goldlöckchen-Szenario gespielt wird, wo die Inflation rückläufig ist und die amerikanische Notenbank dadurch entsprechenden Spielraum hat, um die Zinsen zu senken. Noch eine Einblendung stammt von Trading Economics und zeigt euch mal die Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA und mal über einen längeren Zeitraum dargestellt, wo man auch schön sehen kann, den Nach-Corona-Buckel in der Inflation. Das heißt, wo die Inflation deutlich nach oben ging, auf Werte von fast 10 Prozent und auch danach entsprechend der Rückgang, wo also die Verknappung von Liquidität durch die amerikanische Notenbank ziemlich gut funktioniert hat. Die Zinsen wurden erhöht, es wurde auch ein sogenanntes Quantitative Tightening eingeführt, das heißt, es wurde Geld aus dem Markt aktiv herausgenommen und das hat dazu geführt, zumindest behauptet es die FED, dass die Inflation entsprechend gefallen ist. Jetzt ist es allerdings so, dass aufgrund der gefallenen Inflation der Markt jetzt die Erwartung hat, dass die amerikanische Notenbank entsprechend reagieren kann, entsprechend reagieren sollte und also entsprechend das Zinsniveau wieder nach unten anpassen muss, weil einfach die Inflation zu stark rückläufig ist, wie vorhin im Chart gezeigt. Für dieses Jahr erwartet der Markt daher drei Zinssenkungen. Noch eine Einblendung stammt von Wellenreiter und zeigt mal eine ganz interessante Erwartungsanpassung, die wir gesehen haben. Wer meinen Kanal kennt, wer schon länger dabei ist, wenn nicht, lasst gerne ein Abo da, weil ich hier viel über Geldpolitik, Geldanlage und auch Aktien, ETFs, Immobilien spreche und wie ich die Sache einfach angehe mit meinem eigenen Geld. Also das ist ja das Wichtige bei mir im Kanal. Alles, was ich hier sage, ist immer mit meinem eigenen Geld auch hinterlegt und nicht irgendwie zusammengewürfelt von Leuten, die irgendwelche Dinge behaupten, wo ich mir oft denke, naja, das klingt aber jetzt sehr harnetbüchend, haben die garantiert nicht investiert. Bei mir ist immer alles mit eigenem Geld hinterlegt, also deswegen gerne ein Abo da lassen. Und wenn ihr meinen Kanal kennt, die, die schon länger dabei sind, die wissen, Anfang des Jahres hatten wir ja die Erwartung, dass der Markt bis zu sieben Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet. Wenn ihr euch jetzt mal die Grafik anschaut, dann seht ihr das aktuelle Leitzinsniveau von 5,25 bis 5,5 Prozent und ihr seht oben stehend eine Wahrscheinlichkeit. So auch 98 Prozent und unten stehend ein Datum, das ist der 20. März, das ist die nächste Zinssitzung der amerikanischen Notenbank. Und der Markt erwartet also, dass zu 98 Prozent das Zinsniveau stabil bleibt, ergo, dass eine Zinssenkung zu 2 Prozent eingepreist ist, also so gut wie gar nicht. Die nächste Sitzung am 1. Mai hat eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass das Zinsniveau stabil bleibt. Und dann wird es spannend, dann kommen wir schon auf Prozentzahlen von 56 Prozent, von 41 Prozent. Das heißt, Richtung Sommer wird eine Zinssenkung erwartet und für den Rest des Jahres insgesamt werden drei Zinssenkungen erwartet. Verglichen mit Beginn des Jahres, wo sieben Zinssenkungen erwartet wurden, ist das ein deutlicher Rückgang. Trotzdem sind die Märkte brutal stark und erreichen fast von Tag zu Tag neue Allzeithochs. Aber dennoch ist im Markt eingepreist, dass die Zinsen rückläufig sein werden, weil die Fed aufgrund der fallenden Inflation eben entsprechenden Spielraum hat. Und da kommt jetzt Jim Bianco ins Spiel und er sagt, nö, glaube ich nicht. Er glaubt daran, dass die Fed eben mehr oder weniger das ihre Hände gebunden sind und dass die Zinssenkungserwartungen von drei Zinssenkungen in diesem Jahr immer noch viel zu optimistisch sind. Und dass die Inflation eher auf der negativen Seite überraschen wird. Dazu noch eine Einblendung. Stammt aus dem Interview mit Jim Bianco und ist die entsprechend wichtigste Passage, wo auch herauskommt, warum der Mann skeptisch ist. Und er ist deswegen skeptisch oder er reagiert skeptisch auf die Frage. Ich wiederhole sie mal nochmal und lese euch vor. Die entscheidende Frage ist, wie es mit der Inflation und den Zinsen weitergeht. Was glauben Sie? Antwort von ihm. Da ich keine gravierenden Probleme für die Wirtschaft sehe, gilt meine größte Sorge einem zu starken Wachstum und hartnäckiger Inflation, was die Zinsen weiter in die Höhe treiben würde. Investoren preisen oft das ein, was sie sich wünschen, aber nicht das, was dann tatsächlich geschieht. Die Konsenserwartung, dass die Inflation zurück auf zwei Prozent sinkt, ist ein klassisches Beispiel dafür. Ich behaupte sogar, dass wir die letzte Phase beim Rückgang der Inflation bereits hinter uns haben. Mit den aktuellen Werten um drei Prozent oder leicht weniger ist die Talsohle erreicht. Der Trend wird künftig wieder etwas nach oben gehen. Damit meine ich drei bis vier Prozent Inflation, aber nicht acht, zehn oder Verhältnisse wie in Zimbabwe. Übrigens Zimbabwe, blende ich euch mal ein, hatte ich im letzten Video darüber gesprochen, zufällig, dass er das dort erwähnt. Dort geht es darum, ob Zimbabwe den Mut hat, einen Goldstand einzuführen. Also gerne da mal reingucken. Und jetzt aber wieder zurück zu Jim Bianco. Er ist also skeptisch und sagt, okay, die aktuelle Inflation, die wir gesehen haben, das ist eher die Talsohle. Und wir werden dann eher wieder anziehende Inflationserwartungen oder anziehende Inflationserwartungen und auch eine anziehende Inflation sehen. Und warum ist er da skeptisch? Er sagt zum einen, die Wirtschaft ist super stark. Das hat er gerade auch in dem Interview, was ich euch zitiert hatte, so gesagt. Das heißt, wenn die Wirtschaft stark wächst, gibt es auch entsprechende Risiken, dass die Inflation anzieht. Er sagt aber auch im weiteren Verlauf des Interviews, dass er einen Benzinpreis in den USA-Potenzial sieht, dass dort eher inflationäre Tendenzen ausgehen können. Und was auch spannend ist, er sagt, dass der Gesamtwarenkorb, der für die Inflationsberechnung herangezogen wird, zu einem Drittel von den Kosten gesteuert wird, die aus dem Bereich Wohnen herauskommen. Also Miete beispielsweise. Und dass dieser Faktor, der dort angesetzt ist, zu niedrig ist und dass die tatsächlichen Kosten für Wohnen höher sind. Da hat er als Beispiel verschiedene andere Immobilienportale aus den USA. Und dass diese Zusatzkosten noch nicht entsprechend respektiert werden innerhalb der Inflationsbemessung. Und das in den nächsten Monaten auch dazu führen wird, dass die Inflation entsprechend wieder steigen wird. Und deswegen hat der Mann die Erwartung, dass es in diesem Jahr gar keine Zinssenkung gibt oder maximal zwei. Also deswegen war es wichtig vorhin für euch, dass ihr das mal gesehen habt, dass der Markt immer noch mit drei Zinssenkungen rechnet. Manche Auguren kommen auf vier Zinssenkungen. Aber Jim Bianco ist hier extrem skeptisch, weil er sagt, die Inflation wird negativ überraschen und deswegen werden wir vielleicht sogar gar keine Zinssenkung sehen. Es ist jetzt nicht mehr ein Basisszenario. Also aktuell, was wir derzeit an Daten sehen, spricht vieles dafür, dass wir ein Softlanding haben werden, dass die Inflation weiter zurückgeht. Steno Research, wenn ihr die kennt, habe ich auch mal wieder oder hin und wieder hier im Video erwähnt oder in verschiedenen Videos erwähnt. Die sind da sehr optimistisch, dass die Inflation deutlich noch zurückgehen wird. Also das Basisszenario kann man auch gut untermauern. Man sollte aber auch mal so ein Extremszenario von Jim Bianco, der auch in den USA sehr, sehr bekannt ist, unbedingt einpreisen. Denn wenn man taktisch investiert, das heißt eher kurzfristig, das taktisch würde ich bei mir im Portfolio bezeichnen, wenn ich ein paar Monate in die Märkte reingehe oder mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre, dann muss man sich schon mit solchen Außenseitermeinungen mal befassen, weil wenn es denn so kommt, sollte man zumindest einen Fahrplan haben, wie man damit umgeht. Als Langsrisker-Investor muss ich sagen, da stört mich das jetzt gar nicht. Also da habe ich ein breit aufgestelltes Immobilienportfolio, ein Aktienportfolio, Edelmetalle drin, da gucke ich einfach zu und es gibt immer was, was funktioniert oder es gibt immer was, was nicht unbedingt funktioniert. Aber unterm Strich fährt man mit einer Breitensteuerung langfristig am besten. Aber wenn man natürlich taktisch auch mal in den Markt reingeht, dann hat natürlich dieses Extremszenario von Jim Bianco Auswirkungen, beispielsweise auf die Anleihen. Wenn die Zinsen weiter steigen, werden die Preise für Anleihen fallen. Und wenn die Zinsen weiter steigen, wird das natürlich auch Druck ausüben auf Unternehmen, die in der Zukunft ihre Gewinne haben. Also gerade die großen Tech-Unternehmen, die werden dann wieder Probleme bekommen. Auch der Immobilienmarkt, gerade die Gewerbeimmobilien. Hier in Deutschland haben wir so die ersten Ausläufer, die wir aus den USA sehen. Pfandbriefbank, Arealbank, auch die Helaba im Vergleich zum Eigenkapital stark im US-Gewerbeimmobilienmarkt investiert. Die sehen die ersten Ausläufe und die werden schlimmer werden, wenn die Zinsen in den USA wieder erwarten, steigen. Weil gerade im Immobilienmarkt in den USA viele das Mantra wiederholen, survive till 25. Das heißt, 2025 werden die Zinsen deutlich niedriger sein als jetzt. Und wenn diese Erwartungshaltung sich nicht manifestiert, dann wird das eben dazu führen, dass viele Probleme bekommen. Und werden wir auch deutlich mehr Krisen am amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt sehen, was aktuell noch nicht der Fall ist. Und natürlich generell für den Aktienmarkt. Wenn hier gar keine Zinssenkung in diesem Jahr kommen sollte, dann werden natürlich die Aktien entsprechend enttäuscht sein oder die Aktieninvestoren entsprechend enttäuscht sein und deswegen wird es auch entsprechend dort nach unten gehen. Also von daher, wie gesagt, Basisszenario sieht gut aus, aber so ein Außenseiter-Szenario sollte man mal auf dem Radar haben und sich zumindest für sein Portfolio überlegen, interessiert mich das? Bin ich langfristiger Investor? Bin ich breit aufgestellt? Kann man einen Haken dran machen und sagen, brauche ich mich nicht kümmern? Oder habe ich doch eine relativ hohe taktische Allokation und bin auf kurzfristiger Ebene im Markt drin? Und dann kann natürlich so eine negative Überraschung schnell dazu führen, dass entsprechend das Portfolio abrutscht. Möglicherweise sollte man dann überlegen, ob man sich ein bisschen anders aufstellt oder ob man vielleicht auf dieses Extremereignis darauf setzt, indem man ein bisschen auf den amerikanischen Volatilitätsindex reingeht. Das ist der VIX. Da lenne ich euch auch noch ein. Und der VIX misst die erwartete Schwankungsbreite des Marktes, abgeleitet von den Optionsmärkten und ist so ein gutes Barometer dafür, auch aktuell, wenn ihr mal drauf schaut, ein Wert von 14, dass hier eine super positive Stimmung an den Märkten herrscht. Das heißt, an den Märkten erwartet keiner momentan eine negative Überraschung. Und deswegen ist es in diesen Szenarien eigentlich clever, wenn man im VIX-Index unterwegs ist, weil man dann entsprechend darauf setzt, dass diese wieder nach oben explodiert und dadurch einen Teil im Portfolio einfach absichern kann oder auch Gewinne produzieren, wenn es an den Märkten eine negative Überraschung gibt. Beispielsweise, wenn komplett die Zinssenkungen ausgepreist werden, dürfte es an den Märkten nach unten gehen, dann wird der VIX-Index wieder nach oben explodieren und dann kann man da kurzfristig schnelle Gewinne mitnehmen. Es ist also nicht dafür gedacht, da langfristig zu investieren, aber eine Position zu haben, wo man sagt, okay, die tut mir jetzt nicht weh, wenn sie sich aber verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht, dann habe ich ein bisschen Stoßdämpfer-Effekt im Portfolio drin. Also das mal am Rande. Ich bin momentan nicht investiert, kann mir aber gut vorstellen, dass ich in meinem taktischen Depot hier eine Position aufbaue, weil einfach die Stimmung an den Märkten super, super positiv ist und keiner aktuell nach irgendwelchen Versicherungen Ausschau hält. Das ist für mich immer ein guter Garant dafür, dass man ein bisschen Geld da investieren kann. Wenn es nicht aufgeht, gut, dann verleihe ich dort Verluste, mache aber viel mehr auf meine Aktienposition. Und wenn es aufgeht, dann habe ich da ein paar Gewinne, die ich einfach Stoßdämpfer-mäßig ins Depot einbuchen kann und kann dieses Geld dann direkt auch verwenden, um beispielsweise bei stark gefallenen Aktien oder ETFs nachzukaufen. Schön, dann war es das jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.